Moment, steigt noch mal aus, oder? Ne, in Jeats Festung wird auch die Gesundheit erhöht wieder, na egal. Ich würde sagen, dann reisen wir per Schnellreise zu Jeats Festung, damit wir geheilt sind wieder. Aber wir haben doch von GatGash auch eine Ödland Mission gekriegt, oder? Oha, das ist die von Pink Eye, würde ich sagen. GatGash? Okay, dann nicht. So, ah, ah, Moment, hier war, ah, ah, ja, Griffa, da ist er. Da fahren wir als erstes mal hin. Und dann reisen wir zu Jeat. Und dann mache ich, denke ich mal, eine Aufnahmepause wieder. Ich hoffe nicht wieder so eine lange. Das musste sein. Das musste einfach sein. Es tut mir leid. Oh, Moment, da ist ein Suchbereich mit Wasser. Warum holen wir uns den nicht einfach? Kann ja nicht schaden. Hallo? Ja, euch geht's wohl nicht gut, wa? Au, ich wollte auch ausweichen. Dir geht's wohl nicht gut, wa? Au, jetzt reicht's aber. Mann. Au, jetzt, au, au. Was war das denn bitte? Blöder Cheater hier. Ist ja echt unglaublich. Einfach unglaublich. Ja, das hat ja viel gebracht jetzt mit dem Wasser. Denk ich. Wenn das nicht voll ist, haben wir ein Problem. Den Rest erst noch mal austrinken. Naja. Naja. Mal gucken. Okay, das hätten wir alles. Da hinten ist das Wasser. Jetzt bin ich mal gespannt. Na, wenigstens etwas. Das geht doch. So, ist Griffa noch da? Ja. Schön. Na halt, andere Seite. Ja. Manchmal denke ich echt dran. Meistens aber nicht. Und... So. Au. So, ach da ist er, ja stimmt ja. Der hat ja immer so seine Plätzchen, je nachdem in welchem Gebiet man gerade ist. Au. Ja, das mit dem Fahren klappt wunderbar. So. Ja, da wird den Chum wenigstens nicht langweilig, wenn wir ihn jetzt alleine lassen. So. Oh, hier wird schon wieder komisch. Komische Musik, komische Luft. Komisch. Alles. Alles komisch. Der Typ komisch. Ja. Ja. Der wird nicht ungruseliger. So, danke. Das auf jeden Fall. Ja, bitte. Das mache ich ja jedes Mal. Mehr aus dem Wasser. Ja, danke. Endlich wieder mal das bisschen aufrüsten, was ich am liebsten mag. Schön. Ähm. Ja, nö. Machen wir nächstes Mal. So. Schön. Todesläufer Stufe 2. Sehr schön. Das gefällt mir. Wobei, wir können ja auch so zu Jeet reisen. Nicht wahr? Dann. Ne, wir haben ja jetzt eigentlich alles. Dann reisen wir zu Gatgash. Quatsch. So. Und dann mache ich die Aufnahmepause. Denke ich. Gucken doch mal kurz, ob wir irgendwas ausrüsten. Also auf... Aufrüsten, nicht ausrüsten. Können. So. Ja, ja. In 10 Minuten bereit. Ja, dachte ich es mir doch. Max. Oh. Ähm. Fügen Feinden zusätzlicher Schaden. Äh, 50%. Schön. Schön. Schönes Deutsch auch übrigens. Milizlederjacke. Die letzte Jacke, die es hier gibt. Schön. Ja, damit. Sieht ein bisschen scheiße aus. Hey. Äh. 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 Was will man machen? So. Ne, das hat mir nicht gefallen. Ja, Ölflecke will ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Gucken wir mal. Ja. Ach, wir lassen es jetzt erstmal. Vierter Lauf. Hohoho. Hohoho. Schön. Sehr gut. Äh. Ein bisschen was haben wir noch für die Werkstatt. Achso, wir haben ja eh nur das Ding hier neu. Ja. Gut. Das will ich ja eh nicht nutzen. Das ist potthässlich, wenn ich ehrlich bin. Also wirklich. Warum? Besitz. Und da steht Kosten dran. Ähm. So. Ja, okay. Das war vorne, ne? Ja. Okay. Dann rüsten wir das jetzt einfach alles mal aus. So. Damit wir es gekauft haben. Sozusagen. Weil das alles nur ausgekraut ist. Mag ich nicht. Das gehört sich nicht. So. Bauen wir das wieder ein. Ach komm. Kommen wir da. Na. So. Sly one. Ah. Ich mein, sieht nicht schlecht aus, aber ehrlich gesagt, überzeugt mich auch das Ding nicht. Wir lassen das. Mit dem toten Kopf. Mit dem Schädel. Wie viel fehlen uns denn jetzt? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünf Kolonnenruten nur noch. Das ist nicht viel, wenn ich ehrlich bin. Das ist echt nicht viel. Hier haben wir eine. Hier müssten auch welche sein. Oha. Hier oben gibt es dann kaum noch welche, oder was? Haben wir es dann hier bald, oder wie? Oh, da ist ein Informant. Uh. Hm. Äh. Nein. Nein, nein. Ich bin jetzt brav. Und mach hier die Aufnahmepause. Die lange angekündigt ist. Ähm. Weil das will ja auch noch alles geschnitten werden, und so weiter. Ne. Ich mein, hat sie schon einen Grund, warum ich nicht dazu kam, neu aufzunehmen. Weil... Keine Zeit und so. Deswegen... Immer in kleinen Schritten. Und dann, äh, geht's hier hoffentlich weiter bei Mad Max. Weil es macht nach wie vor Spaß, ne? Also, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mad Max. Hier, ähm... In... Gatges Festung. Ja. Na nü, wieso ist denn... Moment. Mein Headset ist irgendwie sehr leise heute. Komisch. Naja. Hm. Ja. Okay. Wir wollten ja... Weitermachen. Ich weiß nur nicht mehr was. Okay. Jetzt ist es abartig laut. Danke. Spiel für die Vorwarnung. Es ist schön. Ähm. Hier wollten wir weitermachen, ne? Uh. Wir könnten uns auch erstmal... Um das Minenfeld kümmern. Das heißt, wir fahren mit Dinky D los. Ah. Ja. Ja, ja, ja. So. Verdammt ich. Auto wechseln. Mann. Es klappt wunderbar heute. Es fängt super an. Ist doch echt ein super Start. Nett. Ja. Äh. Schön. Na gut. Anderes Fahrzeug wählen. Nein. Was ist da dran? Neu. Den haben wir doch schon. Nein. Danke. So. Der Buggy. Der ist auch nach wie vor neu. Hä? So langsam verstehe ich es nicht, aber... Boah. Also nicht mehr, dieses Spiel. Let's go run it, Dog. Let's go run it, Dog. Ja. Gut. Gehen wir rum schnüffeln. Mit dem guten Dinky. Boah. Das Ding fährt sich aber auch irgendwie ein bisschen anders. Äh. Schön. So. Hat er da grad was gefunden? Wollte hier irgendwo hin, ne? Ja, Dinky? Wo ist hier was? Oh, da sind... Wanderer. Ich muss dran denken. Nicht wieder... Ja, ja. Nicht wieder zuzuhauen. Bitte schön. Ja, das... Ich erinnere mich. Das war nicht nett. Das war nicht nett. In der letzten Aufnahme. Ja, gerne. Okay. Gucken wir mal auf die Karte. Direkt... Direkt daneben. Oder was? Ach nee, wir sind... Doch hier. Ja, genau. Okay, super. Super. Das Problem ist... Hier kommen grad Böse. Oh! Euch geht's wohl nicht mehr gut, wa? Au! Oh! Man kann nicht mal ausweichen. Es ist... Er ist doch echt blöde. So, der kann nicht mehr fahren. Au! Ach, der steigt auch aus. Wie nett. Na, komm her. Uh! So. Na, es wurde jetzt aber auch Zeit. Ist ja nervig. Dreckssäcke. Als hätte ich nichts besseres zu tun hier. Einfach unglaublich. Wie frech. Ist... Ja, ja, Denki. Komm. Dann fahren wir hier mal rüber. Haben die sich auf den Boden gelegt, oder was? Ist ja auch nett. Okay. Direkt vor uns, sagst du. So, bisschen vorsichtiger. Okay. Links. Wieder geradeaus. Eigentlich bellt er doch schon so, als würde er das direkt vor uns sehen. Da haben wir's. Ganz ruhig, mein Kleiner, ganz ruhig. Das war die falsche Taste. Das war die falsche Taste. Ach, wie doof. Puh. Ja. Ja, da stand was von Schnellreparatur. Ich drück X anstatt langsam ranzugehen und A zu drücken. Und bei X haut er ja zu, leider. Also, beim zuhauen springt er nach vorne. Ja. Ich sag's ja, die Folge hier, oder die Aufnahme besser gesagt, fängt so richtig gut an. Das macht doch Spaß. Das ist schön. Ach ja. Na gut. Versuchen wir nochmal unser Glück. Es kann ja nur besser werden. Schön. Ja, wenigstens haben wir wieder volle Feldflasche und so. Flasche. Flasche und so. Ähm. Moment, das Gebiet ist nicht erkannt hier. Was ist denn das für ein Quatsch? Na gut, fahren wir da nochmal hin. Ah, das ist Unsinn. Also, das... Also, das... Also, das... Ich mein, die Mine, mit der wir grad, oder durch die wir grad gestorben sind, ist ja jetzt auch erkannt. So, würde ich glatt mal behaupten. Sonst müsste die hier direkt sein. Und sie ist nach wie vor da. Aber das ist... Das ist komisch, weil das war doch letztes Mal, also bei irgendeinem anderen Mal, war das doch anders. Hm. Na gut. Muss ich jetzt einfach mal mitleben. So, mein guter Dingy. Nach rechts, sagst du? Jetzt geradeaus. Okay. Ja, alles gut. Na klar. Der ist echt gut, der Kleine. Ich mag ihn. Moment, ich will dann nochmal gucken, ob, ähm... Der Tipp von dem Wanderer... ...noch da ist. Ne, der ist weg. Der war hier irgendwo. Okay. Gut. Schade. Oh Gott. Ja, spring noch. Max, spring noch. Das ist schön. Ähm... Geradeaus. Nach links. Okay. Ah. Alles klar. Ja, ja. Ganz ruhig, mein Kleiner. Ganz ruhig. Ich kümmere mich da drum. Na komm. Am besten noch drauflaufen jetzt. Das, äh... Das wär's ja noch. Ich hasse diese Dinger. Ich hasse sie. So. Hier haben wir auch noch ein Minengebiet. Das wollten wir ursprünglich holen. Na, holen wir uns das jetzt. Oh Mann. So viel Stress. Gegen ein paar Minen. Wow. Das war lustig. Äh... Oh Mann. Das ist... Naja. Jeder... Findet irgendwas anderes lustig. Dass dem Hund da hinten drin nicht schlecht wird. Der arme. Kann einem schon leid tun. Was hast du denn? Ist das das Gebiet? Ja. Das ist genau das Gebiet, wo wir hinwollen. Was wir schon mal erkannt haben. Ja, ja. Alles klar, kleiner Dinky. Alles gut. Beziehungsweise wo... Wo... Wo uns jemand gewarnt hat. Und dann... Heldenhaft in die Luft geflogen ist. Wenn mich nicht alles täuscht. Alles gut, mein Kleiner. Alles gut. Alles gut. Alles gut, mein Kleiner. Alles gut. Bleib doch ruhig. Na links. Sehr gut. Oh, vorsichtig. Schön. Alles gut, mein Kleiner. Bleib doch ruhig. Wir sind doch bei dir. Wir sind doch bei dir. So. Noch ein bisschen. Ganz ruhig. Pssst. Wir machen das schon. So. Das hätten wir auch. Sehr gut.